Hallo, wir sind das neue iGEM-Team Bielefeld 2017. Wir brauchen eure Unterstützung, um unser Projekt zu verwirklichen. Unsere Gruppe besteht aus Studierenden verschiedener naturwissenschaftlicher Fachrichtungen mit dem gemeinsamen Interesse an synthetischer Biologie. Zusammen möchten wir an dem internationalen Wettbewerb iGEM teilnehmen. Aber was ist iGEM eigentlich? Der nicht-kommerzielle Wettbewerb richtet sich an Studierende auf der ganzen Welt. Jedes Team entwickelt ein eigenes Projekt aus dem Bereich der synthetischen Biologie und führt dieses im Labor durch. Für die erfolgreiche Teilnahme ist neben der wissenschaftlichen Arbeit auch das Gesamtkonzept entscheidend. Daher müssen sich die Teams mit den unterschiedlichen Aspekten ihres wissenschaftlichen Projekts beschäftigen. Zu diesen gehören neben dem Nutzen für die Menschheit auch die Einhaltung von Biosicherheitsstandards und die Kommunikation mit der Öffentlichkeit. Die Ergebnisse werden im Herbst beim Finale im Boston allen anderen Teams vorgestellt. Die Planung und Durchführung dieses Projekts ist sehr zeitaufwendig, aber vor allem kostenintensiv. Besonders in der Anfangsphase müssen erste Anschaffungen für Labormaterial und Testexperimente erfolgen. Dabei könnt ihr helfen, sodass wir unsere Projektidee umsetzen können. Seit 2010 hat jedes Team der Uni Bielefeld eine Goldmedaille gewonnen. Wir möchten diese Erfolgsserie auch 2017 fortführen. Wenn wir euer Interesse wecken konnten, schaut euch unseren Infotext an. Wir freuen uns auf ein erfolgreiches Jahr und bedanken uns für eure freundliche Unterstützung. Euer iGEM-Team Bielefeld Wir freuen uns auf, dass wir uns in der nächsten Woche wiedersehen können. Vielen Dank.